Fitnesskur für Hammelhof. Der Schmöllner Hammelhof wird modernisiert. Das Quartier mit seinen 91 Wohnungen bestimmt in diesem Jahr den Sanierungsplan der Wohnungsverwaltung Schmölln. Die Zufahrt ist bereits verlegt worden. Nun haben die Stahlbauer das Sagen. Die 36 Wohnungen in der Weststraße 23 bis 33 werden mit Balkonen ausgestattet. Danach soll der Innenhof neu gestaltet werden. Ebenso ist der Bau von 19 Garagen geplant. Für das Modernisierungsvorhaben sind 670.000 Euro veranschlagt.